Und da bin ich auch schon wieder mit Teil 3 für heute. Wir gehen immer weiter und weiter in diesen tiefen Vulkanen hinein. Joa, das ist gut. Und da war glaube ich noch schon weg. Und aufs Südmiste unsere Lieblingsdiener. Wow, das war unsere Spinne. Ja, die Arme. Dafür stirbst du. Und wir bekommen bald ein Level ab, mal hier. Und da ist auch schon wieder unser Punch Punch Küken. Und das war es dann vermutlich auch schon. Nein, noch nicht. Boah, er ist nicht auf meine Spinne. Wie schön. Sie lebt noch etwas. Das hat bei ihm sein Zauberhausen der Nullliliti. Nullliliti. Oder so. Da geht's lang und da geht's so noch. Wir haben eine Potion gefunden. Jo, können wir auch mal gleich benutzen. Und wir schauen mal, was uns hier uns erwarten wird. Weil, danke, danke. Das gefällt mir nicht. Slimes. Joa, wir zeigen Ihnen, was wir können. Klar, warum nicht? Sind nur Slimes. Slimes. Sind keine Slimes. Das ist nicht gut. Unsere Spinne hat Nullliti-Allianz, so wie's aussieht. Hm, das bringt nix. Was mich allerdings grad stört, dass die Feuerwellen. Feuerartem. Hier, okay. Gut, Zünders, der springt hier nicht viel, wie wir grad merken. Wie viel HP hab ich denn noch? Hörer noch genug. Hau mal auf da. Frag ist allerdings, weil das Bossgegner ist, haben die vermutlich ein bisschen an Hub. Hey. Und ich weiß nicht, ob die wiederbeleben können. Was ja ungünstig wäre. Aber sie ziehen zum Glück nicht viel ab, dafür, dass es mehrere sind. Joa, nicht viel. So, ich mach mal kurz nen Cut, um was zu trinken. So, ich mach mal kurz.